Startplatz 10 erfahren, aber durch ein sehr buntes Qualifying, die Wetterverhältnisse und Q3, dann auf Inters, das war alles schon sehr besonders, auf jeden Fall statt Platz 10 erfahren, aber Ricardo hat uns bei meinem leichten Abflug berührt und muss dadurch sowieso hinter uns starten. Und damit Hallo und Willkommen zum Rennen aus Brasilien. Stand hinten in Q2, aber noch deutlich vorne, eben auf Trockenreifen. Ach ja, es war schon was los. Da habt ihr vielleicht was verpasst und jetzt bin ich mal gespannt. Na, Rennstrategie, Reifenverbrauch im freien Training, der war nicht ohne. Das Qualifying gegen Grosja erstmal gewonnen, sieht aber nicht so gut aus für uns. Fünf Punkte Rückstand, wird womöglich wieder nix. Ziel erreicht und vom Teamkollegen. Auf Platz 1 sauber, dann McLaren, dann Williams, dann Red Bull, dann Renault und dann Ferrari. Okay, das Ziel. Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Die 12 sollte ich alle mal schaffen. Es soll im Rennen nicht regnen, also gehe ich von einem Ergebnis unter den besten 10 aus. Das ist auf jeden Fall mein Anspruch für meinen Saison-Highlight, aber mal gucken, wer jetzt vielleicht noch alles nach hinten muss. Vielleicht gibt's da jetzt noch Strafen. Die waren in der Saison bisher ziemlich rar, wenn ich da an den USA oder Mexiko denke. Und eines steht definitiv fest. Hier beim großen Preis von Brasilien wird die Bühne für ein großartiges Schauspiel aufbereitet. Titelentscheidungen, Kummer, Triumphe und brasilianische Glücksmomente. Alles das wird sie hier in Hülle und Fülle auf dem Autodromo José Carlos Pace erwarten. Ein ungewöhnliches Rennen gegen den Uhrzeigersinn hier in Interlagos, wo die Fans auf den Tribünen bei insgesamt 15 Kurven auf dieser 4,3 Kilometer langen Strecke überragende Sicht haben. Das Senna S, die Reta Oposta, das berühmte Infield und die Zielgerade, wo man 17 Sekunden auf dem Gas bleibt, sind die Herzstücke dieser traumhaften Strecke. Während wir auf das heutige Rennen, das hoffentlich sehr unterhaltsam werden wird, warten, möchte ich dich mal kurz fragen, Stefan, was du in Sachen Strategie erwartest. Viel Reifenmanagement oder mehr Benzinmanagement? Naja, erwarten wir das nicht immer. Wenn ich ehrlich bin, werden diese Dinge heute die gleiche Rolle wie sonst spielen. Ich erwarte jedoch, dass die Fahrer früh für einen Undercut auf frische Reifen in die Boxengasse gehen. Wenn man vor dem Vordermann rein kann, einen guten Stopp hat und schnell rausfährt, können so vielleicht ein bis zwei Sekunden gewonnen werden. Sollte jemand hinter einem anderen Auto feststecken, dann wäre das genau die richtige Strategie. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Verstappen, Lewis Hamilton und Perez. Hülkenberg, Magnussen, ein Toro Rosso und Romain Grosjean. Stroll, Riccardo, Esteban Ocon und Sainz Junior. Massa, Palmer, Fernando Alonso und Markus Eriksson. Van Dorn und Pascal Wehrlein macht die Startaufstellung komplett. Und jetzt wird es Zeit zur Strecke zu schalten. War Carlos Sainz wirklich sieben Sekunden an dem ersten in Q2? Weil Q2 war schneller als Q3 bei den nächsten. Okay, wir waren im Qualifying besser als gedacht. Mal sehen, ob wir im Rennen genauso gut abschneiden. Ja, das Rennen wird schwierig. Wir starten von der neuen. Nicht so gut wie letztes Jahr. Und letztes Jahr hatte ich ein ziemlich gutes Rennen und bin gerade so an die Punkte gekommen. Und Carlos Sainz mit einem Einstopp ist gut vor uns, deutlich vor uns gelandet. Und das schmeckt mir gar nicht. Also Brasilien könnte das Rennen sein, wo sich ein Stopp weniger am deutlichsten bemerkbar macht. Hier mit Erfahrung aus der letzten Saison. Wird es denn regnen? Nee, laut Vorhersage zumindest nicht. Also ein Stopp kann ich knicken. Mit roten Reifen war mir schon vorher klar. Das ist scheiße. Was mache ich denn? Ich kann das wohl nicht herumreißen. Also klar, ich kann hoffen, dass so wenig Leute wie möglich auf eine Einstopp-Strategie gehen. Hm. Wie viel Benzin nehme ich denn erstmal mit? Ich glaube wieder so standardmäßig 7... Äh, 1,1, 1,2. Okay, Wetterreifen, Benzin, eigentlich alles klar. Darf ich vielleicht beim Start auch andere Reifen drauf haben? Nein. Ach man. Drei Stops, ja klar. Okay, ich werde es zu machen. Die schnellsten Reifen jeweils... ...muss ich halt besonders schnell fahren. Besonders gut fahren. Ah, das wird eng mit den Punkten. Glaube ich. Zumal wir jetzt auch nochmal die KI angehoben haben um 420.000 in etwa. Hoi, 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 hoi. Na dann wird das ein Kampf werden. Glaube ich. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Reifen aufwärmen. Auf dem Stand. Beim Übungsstart konnten wir keine Probleme feststellen. Halte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Apropos Start und das Spiel, was ja gerne mal was so Kleinigkeiten durcheinander haut. Sei es jetzt im Qualifying oder generell im Spielgeschehen. Da fällt mir auch die Reifentemperatur ein. Die Reifentemperatur, die ich am Ende der Einführungsrunde drauf habe, die wird nicht mal zum tatsächlichen Start übernommen. Also manchmal ja, manchmal nein. In Mexiko... Ich glaube, in Mexiko war es so, dass die Reifentemperatur gestimmt hat, wie am Ende der Einführungsrunde. Aber ich glaube eben zuvor aus in Austin wieder nicht. Gucken, wie es heute sein wird. Gegen wen fahren wir heute? Gegen Grosjean und, 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 ja. Gegen wen noch? Riccardo, sage ich mal spontan. Will die Serie heute reißen? Gegen wen fahre ich? Das sind unsere heutigen Konkurrenten. Van Dorn und Grosjean. Hm. Okay. Serie gerissen. Muss aber auch mal sein. Brennstrategie. Das Boxenstopfenster öffnet sich in 10 Runden. Boxenstopfenster öffnet sich in 10 Runden. Und der Elf. Hinterreifen brauchen aktuell keine weitere Temperatur. Die Vorderreifen werden wir noch ganz lieb. Vorderrechte hat zu viel. Hinterreifen passen. Das kann was werden. Aber ich glaube mit einem Einstopp, solange auf den weißen, ich bin so nicht gefahren, wäre auch, glaube ich, kein Zuckerschlecken. Ich bin hier schon ein paar Einstops gefahren und am Ende muss ich dann eben stark aufhalten, wie zum Beispiel in Mexiko. Behalte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Ich habe jetzt nicht auf die Reifentreperatur geachtet. Ich will mich hier voll auf den Start konzentrieren. Ich kann das ganze Rennen hier sofort verbauen und zum Beispiel auch zu früh starten. Ich habe das nicht gelesen. Grosjean war letztes Jahr eine Macht hier. Der war überhaupt kein Thema. Fährt auf den gelben. Aber der Arsch hatte freie Reifenwahl. Stimmt. Der ist ja ausgeschieden überraschend. Wenn der jetzt auf gelben fährt, fährt er auf weißen durch. Fahrer hinter mir. Grosjean liegt hinter dir. Fahrer vor mir. Magnussen liegt vor dir. Toll, das sind echt viele Informationen, Jeff. Fahrer vor mir. Der geizt heute ganz schön. Start als Teamkollege. Ah, mehr Informationen. Was? Neue weiche Reifen. Also auch ein Stopper. Aber dann hat er halt die letzte Zwischenzeit gehabt. Da waren wir noch recht nah beieinander. Beim ersten Sektor. Hakenberg werde ich wohl auch bekommen. Ich meine jetzt nicht sofort, aber allgemein noch. Im ersten Stint. Die fahren hier ganz schön weit links, sehe ich gerade, wo ich hinten dran war. Die verlieren da nicht den Wagen. Also weiter ist Hakenberg wird es nicht gehen. Im ersten Stint. Hier oben werde ich ansetzen können. Hier oben werde ich ansetzen können. Vielleicht auch nicht. Ne, ist mir zu knapp. Ich muss jetzt nichts riskieren. Wie gesagt, das Rennen ist noch lang. Man kann beim Start eher mehr verlieren als gewinnen. Ich habe gerade eben auch anfangs erst mal leicht gewonnen, dann wieder leicht verloren. Und jetzt bin ich wieder in der Ecke vorne. Und habe das ganze Rennen in einer guten Ausgangsposition erfolgt. Da fährt er auf gelben, der Force India. Der ist im Hakenberg so. Auf der Geraden wird es auch wieder nichts. Nächste Runde haben wir wohl alle DRS. Dann hebt sich eben dieses auch wieder auf. Wie ich hier rankomme. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Der Hakenberg funkt aber auch ganz schön. Macht er einen auf Ferrari. Hinter uns ist Grosjean. Hat er es schon geschafft. Auf den gelben Reifen. Schnell. Also, Kurs auf Grosjean aufhören kann ich heute vergessen. Ich hoffe, er punktet nicht so gut. Und ich hoffe, ich kann irgendwie punkten. Bei Abu Dhabi, da erwarte ich auch nicht so viel. Ich muss jetzt aber an Hakenberg vorbei. Der hat mich auf einer Runde gesehen. Der hat kein DRS mehr, das... Ja, der könnte gerade so zu weit weg sein. Vom Vordermann. Ich bin auf jeden Fall sehr gut dran. Werden noch bekommen. Selbst ohne DRS würde ich es bekommen. Aber ich gebe natürlich. Und etwas Schub. Na. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Wieder ein Stück zu weit in. Jetzt hat er DRS. Aber der ist schon zu groß im Abstand. Okay. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,9 Sekunden. Bofür Hakenberg weg ist. Hinter Grosjean. Fahrer hinter mir. Hakenberg liegt hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,15,4. Okay. Hakenberg geht unseren Pfad. Jetzt war er auch immerhin in Q3. Fahrer vor mir. Paris liegt vor dir. Okay. Der Abstand zum Vordermann beträgt 1,9 Sekunden. Du fällst pro Runde um ein Siegel zurück. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,14,9. Ich frage mich gerade, ob ich wirklich auf die Roten gehen soll. Der Abstand zu den anderen wird nicht groß genug sein. Da verheizt sich die Roten eher. Wenn ich mich durchwurschteln muss. Ah, nicht gut. Die Arme Reifen. Was mache ich mit den Reifen? Fahre ich auf gelb oder rot? Das frage ich mich gerade. Ich werde dann deutlich länger fahren. Da heißt es dann im letzten Stint auf den roten Reifen. Die werden aber nicht so einen großen Unterschied ausmachen. Auf der Strecke beholen. Näher bleibe ich auf den roten. Dann bieten wir der Konkurrenz so wenig wie möglich Zeit zum Unterschneiden. Und dann, ja. Schauen wir, wo wir stehen. Ich kann mich von heute gleich absetzen, fahre aber noch nicht wirklich rund. Und ich komme dadurch an Peresheim, weil er auch noch festhinkt. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,6 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,16,1. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,1. 15,9. Hat sich gefangen, 6 sind langsamer. Wir fahren bis Runde 11, also geht noch ein Stück. Dabei gibt es eine Verwarnung, ey. Toll. Also Ausgangs-Zerstrecke in eine Verwarnung, das ist Quatsch. Aber das Spiel reagiert da sofort und schaut nicht, wie er da Zeit gewinnt oder verliert. Naja. Bestenfalls bleibt es bei der Einfahrwarnung. Wie sehen die Häufen aus? Oh, so ein der F soll das gehen. Aber wirklich komme ich von der 10-Mal. Mal gucken. Lassen Sie sich noch ganz angenehm fahren. Hey, Senna ist gut angefahren. Kaum Zeit gewonnen auf Science. Aber jetzt wird es noch ein grüner Sektor. Weifen macht gut genug. Jo. Und der Fahrer ist sofort zu schlecht an der Stelle. Oh, wenn wir damit ausscheiden? Dann würde das vielleicht unser Strategiebeinhaufen werfen. Die, die jetzt auf gelb sind, die hätten auf jeden Fall einen Nachteil. Aber die sollten jetzt eigentlich noch nicht stoppen. Wenn sie ein Stopp gehen, könnten sie nicht durchfahren, wenn sie so früh hereinkommen. Und die Rotbereiften könnten sich mit dem Safety Car eben dieses zu Nutzen machen. Man fährt ja nicht so viel Zeit in der Gasse. So, Hülkenberg aktuell gar kein Thema. Wird sich aber, glaube ich, gegen Ende des Rennens relativieren. So, Platz 7. Grosjean kommt ja noch. Der kommt auf jeden Fall noch vorbei. Gehe ich stark von aus. Und dann muss ich auch erst mal vor Science landen. Wetter bricht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Das könnte ich auch jetzt nicht gebrauchen. Ist das nochmal verbessert? Ich muss hier aber jede Runde dranbleiben. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten. Einer von uns ist ausgeschieden. Da stand er. Wer war es denn? Sechs Hütteln kann ich noch gewinnen. Sieben. Vier. Stoppen wird keiner können. Du hast leider deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Bei der ersten könnten es vielleicht nutzen. Das virtuelle Safety Car. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu dem grünen Flammenbein. Da ist offenbar war keiner reingekommen. VSC endet. Auf grüne Flaggenbahn. Da ist keiner drin. Okay. Alles klar. Also in Führung hätte das durchaus nutzen können. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. Mit der Geraden und dem Ende der Safety Car Phase wird er in Safety Car Phase habe ich Zeit verloren auf die Konkurrenz. Nach vorne wie nach hinten. Riccardo jetzt hinter uns. Stimmt, Riccardo und Gorgio, die kommen beide noch nach vorne. Das Bild ist, Riccardo muss auf den angefahrenen Roten starten. Das war kacke. Aber ein Gut ist ja schon ausgeschieden. Also kommen wir automatisch einen Platz weiter nach vorne. Weiß gar nicht, wie das mit den Ausfällen letzte Saison war. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. So in zwei Runden kommen wir spätestens rein. Reifen fühlen sich noch ganz gut an. Könnte doch Runde 11 sein. Vielleicht Runde 10. Einer ist gerade drin. Der Peres. Das ist zu hart für die alten Reifen. Zu hart angebremst. Vettel liegt auf Platz 1. Mhm, und Riccardo hinter mir. Gleicher Schlenker wie letzte Runde, aber diesmal etwas schlimmer durchgekommen, glaube ich. Jetzt würde ich kennenlernen, ob Lückenberg auch drin war. Ist leider kein Konkurrent, das weiß ich gerade nicht. Ich kann nicht nachfragen. Hinter Riccardo ist aber frei. Ich glaube, die waren drin. Und so weit weg waren sie jetzt nicht. Ich komme in die Runde rein. Ich darf die jetzt noch nicht vor mich lassen. Eigentlich nie. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,3 Sekunden. Hat die frischeren Reifen beim Start? Box ist da. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Glaube ich. Ich glaube, ich hatte die frische Reifen. Ich will es glauben können. Okay, Gorja, erst mal vorbei. Der Teamkollege auch. Ich muss in ganzen Boxenstab rausfahren auf ihm. Unsere Crew ist schnell. Unsere schafft das. Wir haben Zeit gewonnen. Kurz. Gucken, wo wir genau rauskommen. Im Sandwich. Wobei das Dennis Riccardo, ne? Jo. Also auf Van Don haben wir den Boxenstab fast daraus. Das ist schon mal sehr bereugend. Jetzt wäre aber das ganze Rennen Riccardo nach vorne. Der ist auf der gleichen Strategie wie wir unterwegs. Entschuldigung, ich muss hier vorbei. War nicht so gut. Deswegen. Das war auch nicht gut. Komm, fahr wieder vor. Das war blöd. Zum Glück ist der Wagen hergeblieben. Sollte mir ein Denkzettel genug sein, die Aktion gegen Van Dorn. Wenn der jetzt reinkommt, glaube ich zwar nicht, aber wenn, dann wäre das kacke. Deswegen wollte ich jetzt nicht links von ihm sein. Benzinplanziel ist plus eins. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Aber die KI nimmt da keine Rücksicht. Oh Gott, das ist gerade ein Zeitkastet. Habe ich aber auch doof angestellt. Mein verteidigt der ja recht gut. Er macht sich breit, aber... Er hat mir zu viel überschoss. Hörtenberg ist damit. Ah, der kam gerade raus. Jedenfalls er vor. Es ist nicht gut, ich muss ran. Und vorbei. Ich habe gerade zu viele Reifen verbraucht. Der macht einen Dreck. Riccardo noch hinter Van Dorn. Riccardo hat noch mehr verloren, aber ich bin das größere Risiko eingegangen. Immer noch Van Dorn hinter uns, aber der wird jetzt gecasht. Wir kommen beide noch einmal rein. Die Reifen sind super. Da ist ein Ferrari vor Hörtenberg, oder? Irgendwie sieht es sehr rot aus, aber kann doch gar nicht sein. Ne, Salonso. Das ist eher orange als rot. Dann wird Hörtenberg jetzt erstmal aufgehalten, das ist gut. Dann wird es aber auch sehr eng auf der Stotzi gerade mit vielleicht vier Fahrzeugen. Und Ericsson hält da auf. Bestenfalls bekommen wir alle drei. Das wäre aber was. So breit ist es da oben nicht an der Strecke. Ah, ich bin zu nah dran. Ah, einer von denen kommt vielleicht rein. Da gehe ich nicht links vorbei. Und zack. Cool. Na, noch nicht ganz. Hm. Ah, wenn es jetzt eine schöne Kameraführung da oben gäbe, aber die ist ja hier nicht so doll. Zwei deutlich unterlegene Autos und einer, der hinten dran hing. Okay, Hörtenberg bekommen. Werlein ist noch irgendeiner, der eigentlich hinter uns sein sollte, vorgekommen. Ich glaube nicht, weil vor Werlein ist gerade niemand. Der wird, glaube ich, Paris als nächstes sein. Oder eher Sainz. Aber ich meine, Boxenstopperei nicht wird der Paris sein. Frank Ricciardo muss da auch noch durch. Je nachdem, wann die gleich reinkommen. Hörtenberg jetzt hinter uns. Warlein gut vor seinem Teamkollegen? Hat hier aber auch Freifahrt. Aber die hat er sich auch bestimmt erfahren. Hörtenberg kommt gerade deutlich ran. Tja, Hörtenberg, wo werden wir landen am Ende des Rennens? Dürfen wir Punkte mitnehmen? Werlein auf Rotenreifen immer noch draußen? Fahrer vor mir? Werlein liegt vor dir? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,4 Sekunden. Du holst pro Runde 1,4 Sekunden auf. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,16,5. Also der Reiz, die Rotenreifen richtig auskommt. Vielleicht, ich nehme es mal an, Runde 15 ein. Dafür, dass unsere halt Qualifying-Dorf hatten. Der fährt womöglich auf Rot-Weiß. Der will es wirklich probieren, denke ich mal. Also zumindest kann ich es mir bei ihm vorstellen. So, jetzt freut sich Hörtenberg, dass er rankommt. Und dass er hier ansetzen kann. Da muss ich aufpassen. Da darf ich nicht zu viel Platz lassen. Hoi, hoi, hoi. Oh, da ist schon Color Science. Der ist aber auch arschlängsam. Ja, dann wird uns der S geben und hier oben nicht so sehr behindern. Wenn er reinkommt, kommt er rein. Wenn wir vorbeikommen, kommen wir vorbei. Jetzt macht er aber zu. Drückenberg konnte Schwung mitnehmen. So, Science. Also, das hatten wir letzte Saison nicht, ne? Wir haben den auf der Strecke nicht überholt. Das ist neu. Der ist aber echt arschlängsam. Macht er aber gut zu. Hat aber einen klaren Reifennachteil. So, macht er jetzt hinter uns zu. Er dürfte sich nicht vor Hörtenberg halten können. Dabei fährt er zu langsam. Wir müssen uns absetzen, weil wir wollen hier vor Science landen. Gleich zu Beginn des Stints viel Zeit verloren mit blöden Aktionen da auch gegen Van Dorn. Aber jetzt Science auf der Strecke überholt. Fahrer hinter mir. Carlos liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,5 Sekunden. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 19,0. So, der Abstand zum Tietkollegen liegt bei 2,5 Sekunden. Ist die Frage, wie viel schneller kann er jetzt fahren, wenn dessen die noch auf den Boden sind? Carlos ist jetzt an der Box. Reine Strategie. Du hast noch einen Boxenstopp. Einen Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Boxenstoppfenster öffnet sich in 5 Runden. 5 Runden. So, Gorgian ist gerade im letzten Stint und der ist hinter uns rausgekommen. Runde 22, sollen wir reinkommen. Ist die Frage, was kann Carlos Science gegebenenfalls auf uns auffallen in der Zeit? Ich hoffe gar nichts. Wird auf jeden Fall eng werden. Wobei er erstaunlich langsam im ersten Stint war, finde ich. Ich habe das letzte Rennen zwar nicht mehr so genau im Kopf, aber wir haben ihn nicht überholt auf der Strecke. Ich glaube es nicht. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Also Gorgian ist gerade ein kleiner Indikator, wie schnell Carlos Science auf Weißen ungefähr fahren könnte. Und Ricardo ist noch richtig weit weg. Status Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollege beträgt 21,9 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Also weiße Reifen, die Bestätigung. 21,9 Rückstand. Und Gorgian hält gerade auf. Ricardo ist vorbei, okay. Da ist ein Dreierpark hinter uns mit Hülkenberg, Gorgian und Ricardo. Ricardo und Hülkenberg werden noch Konkurrenten werden um die Positionierung am Ende des Rennens. Gorgian ist aus dem Rennens. Der hat vor uns lehren. Pérez jetzt schnappgelben Reifen. Fahrer vor mir. Pérez vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 11,4 Sekunden. Sie bauen ihre Führung auf 6 Zehntel pro Runde aus. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,14,6. Ich frage gleich mal nach gegenüber Sainz. Jetzt fahre ich erst mal den Rest zu zählen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 11,5 Sekunden. Status Teamkollege. Unser Abstand zum TIP-Kollegen beträgt 24,1 Sekunden. Sie fahren mit neuen Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,32,7. Nächste Runde wird der Abstand nicht so gewaltig sein. Im Vergleich zu dieser Runde. Wie im Vergleich zu letzter Runde. Und eben dieser hier. Das ist das nochmal rausgefahren. Ricardo kommt deutlich ran. Und ist klar, er ist deutlich schneller. Wird auch schneller als Gorgian sein. Aber ich glaube, auch gegen Gorgian wird er kein Stopp rausfallen. Hm, 2000. Wohl vieler Gang. Beziehen ist super. Da hätte ich noch einiges im Köcher. Ich muss aber volles Rohr geben. Aber gekotzt wird später. Na, Ricardos nächste Runde ist stark dran. Status Teamkollege. Hat mir die Zeit nicht gemerkt. Ich hab gemerkt, die war größer. Der Abstand. Status Teamkollege. So, der Abstand zum Teamkollege liegt bei 26,2 Sekunden. Sie fahren mit 3,2 Sekunden. Okay, 26,2. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute. 16,4. 26,2. Ricardos hinten dran. Wir sind bei plus 1 Runde extra Benzin. Benzin planiert. Der Mörd zieht sich ganz schön zu. Okay. So, hier nicht zu viel Platz lassen. 26,2. Ist vermerkt. So, wie wird er jetzt nerven? Der Herr. Status Teamkollege. Der Herr Ricardos. Der Abstand zum Teamkollege beträgt 26,9 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Der letzte Rundenzeit lag bei 1,16,7. Also, er wird mehr angreifen auf der nächsten Geraden. 26,9. Wir kommen bald rein. In etwas weniger als 2 Runden. Gar nicht grob, der jemand aus der Box kommt. Ich muss den auf jeden Fall hinter mir halten können. Wir fahren auf der gleichen Rennstrategie. Bisher im Rennen eher versucht, nach vorne zu kommen. Ich habe tolle Zweikämpfe gehabt. Aber jetzt heißt es zwar eher nach hinten orientieren für den Rest des Renns. Seid ich frei fahrt, würde ich in der Dreigangkurve hier hinten einen kleinen Ticken mehr aushalten. Aber so nah beieinander ist das nix. Status Teamkollege. Weih, hat er berundet? Ich glaube, ja. Ich finde es halt deutlich von mir. Und Ricardo noch hinter uns? Ich komme auf jeden Fall rein. In der Hoffnung, dass wir zugleich wieder reinkommen. Viel war es aber nicht. Denn er ist immer noch hinter uns. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 14,4 Sekunden. Benzin sieht gerade sehr gut aus. Wird aber auch noch einiges brauchen. Ich bin mit dem Rennen aber gerade ziemlich zufrieden. Hoffentlich bleibt das so. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Und denkt an den Boxingasenbegrenzer. Status Teamkollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen. 31,0 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,17,8. Okay, wir bleiben nach dem Stop-Projekt. Reifen stürmen. Das ist auch wichtig. Wir gedenken an Russland. Um den Stop hier mache ich mir jetzt keine Gedanken. Das Team ist spitze. Wenn da nicht jemand kommt, oder? Hätte gedacht, der kommt jetzt mit vorbei. Der Ricardo. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ja, das wird ein letzter Stand mit Ricardo. Nein, wer kommt denn da vorbei? Hülkenberg! Da ist ein Williams. Den kriege ich in Hülkenberg. Ist ja wohl klar. Ist da eine Runde eher reingekommen. Oder vielleicht auch zwei? Auf jeden Fall war er eher da. So viel Platz machen kann ich jetzt nicht hier an der Corvette, deswegen bleibe ich lieber in. Stroll nehme ich ganz gut hinter uns. Fahrer hinter mir. Stroll liegt hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stop haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute. 15,9. Stroll hat gerade auf. Fährt jetzt aber auch rein. Dreck war nicht gut. Ich muss den Hülkenberg schnell bekommen. Wer weiß, wie der noch aufdreht. Team Blick ist mir gerade egal, der wird hinter uns sein. Deswegen gerade nur auf Hülkenberg geschaut. Mercado nervt zum Glück gerade nicht. Dank Stroll. Boah, der hat gerade einen guten Vorsprung, der Hülkenberg. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Mit etwas weiter Ausland komme ich noch etwas eher in den sechsten Gang. Boah, der fährt echt gutes Tempo. Da muss ich wie ein Q2 fahren. Ausreizen. Ich habe nämlich gerade kein DS. Die Lücke zwischen dir und deinem Vordermann vergrößert sich jede Runde um ein paar Zettel. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 15,7 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 15,7 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,17,7. Und der liegt 15 Sekunden hinter uns. Klingt gerade komisch. So, die bremsen und das Gaspedal zugleich. Ein Stück bin ich näher rangekommen, aber es ist nicht viel. Solange, dass der Tank noch mitmacht, auch fett. Ich bin da voll am Limit. Und das ist auch gut so. Es macht Spaß. Windschatten zieht gut und der S könnte reichen. Was wird's für ein Haus goldig, Depp? Oh, was habe ich für ein Schwein? Gegen der KI muss ich da nicht antäuschen. Das war schon doof. Fahre ich da in Höckenberg rein? Es gibt ja eben da oben eh keine coole Kameraperspektive. Deswegen brauche ich da auch nicht cool fahren. Aber ich habe die Hoffnung, man kann die KI damit irgendwie aus den Fugen treiben, auch wenn ich weiß, das geht so nicht. Ah, Mann, habe ich Reifen verbraten. Jetzt muss ich erstmal wieder reinfinden. Da wollte ich zu viel. War unschwer erkennbar. Guck mal, ob ich noch eine zweite Chance bekomme. Ich schätze, Schildenberg jetzt immens erschreckt. Status Team-Kollege. Unser Abstand zum Team-Kollegen beträgt 18,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 16,8. Er hat doch gerade nicht auf uns verloren, währenddessen ich mir noch eine Rundenzeit verkackt habe. Gucken, ob ich ihn auf der Streckenkarte erwischen kann. Aber ich muss an Hülkenberg ran. Ich muss ihn nochmal erschrecken. Ich muss jetzt mal vorbeifahren. Da kommt jemand hinter... Riccardo, Mann. Wer ist das denn? Ist das wie ein Haas? Magnussen? Kann schon, ob das ja wohl nicht sein. Status Team-Kollege. Okay, Abstand zum Team-Kollegen. 20,8 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei... Das macht ihn so deutlich hinter uns. 17,3. Der Abstand zum 400 beträgt 50,1 Sekunden. Status Konkurrent? Kommer ist auf B6. Der Unterschied beträgt 16,7 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 15,2. Komm, ich spürt über. Und dann muss ich jetzt aus eigener Standardkraft vorfahren. Habt ihr viel Platz gelassen? Ging gut. Ich muss da irgendwie reinkommen. Wetterbericht? Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Und Status Team-Kollege? So, der Abstand zum Team-Kollegen liegt bei 23,2 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,16,9. Aber das sind doch nicht alles Überrundungsgeschichten, warum der so hinterherhängt. Also Science überrascht mich heute negativ. Letztes Jahr öfter ausgefallen. Dieses Jahr weniger Teile zur Verfügung, also mehr Abnutzung. Ich glaube, ich komme immer noch etwas näher ran. Ist aber praktisch plus minus neu gegenüber Hürgenberg. Fahrer vor mir. Zu Beginn des Ranns kaum Infos, jetzt so viele Fahrer vor mir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt Hürgenberg liegt vor dir. 1,9 Sekunden. Du fällst pro Runde um ein Sehntel zurück. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,14,1. 1,9. Im Moment muss ich gerade überhaupt nicht auf Ricardo achten. 2,9 Sekunden. 2,9 Sekunden. Da war ich 2,9 Sekunden. Ich glaube, ich habe etwas verloren. Die gelben Reifen haben wir einfach ausgenutzt. Wie in Österreich. Fahrer vor mir, der ist abgehauen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt. Hürgenberg vor dir. 2,0 Sekunden. Du fällst pro Runde um ein Sehntel zurück. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,14,2. Aber ich gebe da natürlich nicht auf, solange ich ihn noch so gut vor mir sehe. Und verteidigen muss ich mich gerade nicht sonderlich. Deswegen kann ich da nicht voll auf Hürgenberg konzentrieren. Hätten ja schon eher haben können, aber ich dödle. Ja, ihr habt es ja gesehen. 2,0. Jetzt bin ich wieder etwas näher angekommen. Die armen Reifen, die werden richtig herangenommen. So muss das ja wahr. Wer will schon in den Rennreifen schauen? Man will doch jede Runde absolutes Maximum geben. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt. Hürgenberg liegt vor dir. 1,6 Sekunden. Du holst pro Runde einen Sehntel auf. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,14,6. Ah, Mann. Etwa fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich komm nicht mehr entscheidend ran. Wobei, ich warte nochmal die Runde ab. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,9 Sekunden. Hat es verloren. Ja. Da ist wieder eine Ecke weiter weg. Ach, ich werde gerade nicht nachlassen. Ich habe gerade auf Standardruhe vor Riccardo. Vielleicht fahre ich mir die Reifen wieder gegen Ende kaputt. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 36,4 Sekunden. Ja, was mit Sightloss ist, keine Ahnung. Das läuft ja überhaupt nicht bei ihm mit einem Stop. Württemberg weiter abgehauen. Und zwar deutlich. Aber dass Riccardo gerade nicht schneller kann. Obwohl ich gerade nicht auf die Geraden fokussiert bin, sondern allgemein noch schnell fahren. Wer klar auf Württemberg aufholen. Der kommt nicht wirklich ernsthaft ran. Ja, die Reifen sind immer schlechter. Ich bin da, glaube ich, wieder etwas rangekommen. Aber ich kann halt nicht mehr so schön viel gehen. Hier beim Auskennung habe ich gerade viel verloren. Fahrer vor mir. 2,1, glaube ich. 2,2 Sekunden. Tags 1,1, neben uns. Das war jetzt ein schönes Tennis mit den abgenudelten Reifen. Aber wir fahren nur noch drei Runden. Man verging die Zeit hier im letzten Stint. 2,1, innen. 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich komme gerade da heran. Hat er seine Reifen kaputt? Oder muss er Benzin sparen? Also in der Ecke bin ich jetzt immer näher herangekommen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,0 Sekunden. Ich gebe das hier noch nicht auf. Vor letzter Runde. Vielleicht habe ich noch irgendwie mal eine Chance. Ich muss dranbleiben. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Hürttemberg wie in Bahrain, aber heute einfach selbst Gönnchen verschmissen. Im Kampf am Ende des Rennens. In Bahrain waren wir ja dran. Hier hätten wir schon vorbeifahren können. Zu Beginn des letzten Stints. Oh, jetzt kommt Ricardo ran. Jetzt sollte ich eher an der letzten Runde aufpassen. Auf Ricardo. Da war wieder beinahe zu viel Platz. Ich glaube, ich war letztes Jahrzehnt da, oder? Auf jeden Fall war es ein tolles Rennen. Bloß, ja, was mich da geritten hat. Ich werde zum Nachbarn nochmal ansprechen. Ich glaube, das wird eher noch an mich selbst Fragen da ausfallen. Was habe ich da gemacht? Ich wollte einfach zu viel, aber irgendwie ist er gut drauf. Auf Droge. Viertel über die Ziellinie hat gewonnen. Riccardo hat eigentlich keine Chance mehr, wenn ich es nicht mehr versende. Was sagen die Reifen? Leben sie noch? Ja. Ich konnte immer noch nicht gucken. Jetzt glaube ich, Magnussen, oder? Wer das da ist? Wer ist das dahinter? Riccardo. Ich konnte es ja nicht eindeutig erkennen, aber werde jetzt nicht weiter darauf achten, weil ich will neunter werden. Schade. Platz 8 hätte drin sein müssen, aber hey. Man macht Fehler in letzter Zeit irgendwie in jedem Rennen in Kleinigkeit zu viel. Heute war sie wieder sehr entscheidend, wie auch in Austin. Über diese Fahrt kann man sich nicht beschweren. Wirklich ausgezeichnet. Naja, nicht ganz, Jeff. Hast du mal kurz geschlafen? Aber ich kann mich schon irgendwie freuen. War ein tolles Rennen. Jede Runde am Limits hat Spaß gemacht. Das war richtig. Bloß ich war einmal drüber hinaus. Was für eine fantastische Leistung von Ferrari, ganz ohne Zweifel. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit. Wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter den Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Schwierige Entscheidungen, aber ich würde sagen Esteban Ocon. Er hat einfach ein Talent dafür, das meiste aus seinen Reifen rauszuholen. Und das hat er heute gezeigt. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, Ocon kann man so stehen lassen. Es war wirklich Magnussen. Es sah ja aus wie ein Haas. Und Gorja war ja weit vor uns, aber ich konnte nicht so lange drauf schauen in der Kurve. Hatte andere Sorgen. Ich denke mal, bei der Aktion gegen Hülkenberg war ich irgendwie von diesem Dreieberholmanöver überflügelt. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Zu übermütig. Viertel auf der Eins vor Bottas. Hamilton, Kimmys ausgeschieden. Verstappen auf der Vier. Perez, Grosjean, alles soweit. Ja, ordentliche Leistung. Einfach das Maximum gefahren. Perez und ja, die drei Perez, Grosjean, Ocon. Auch wir sind nach vorne gekommen wegen des Kimmi-Ausfalls. Ansonsten recht vorhersehbares Ergebnis. Riccardo auf der Zehn. Der wird sich aber ärgern, wenn da ein Ocon auf der Dreizen startet und einem Stop durchfährt und auf der Sieben landet. Und Riccardo nicht an uns vorbeikommt. Magnussen aber auch ein starkes Rennen. Zwei Stops wie wir. Ah, Perez, ey. Der hat jetzt sechs Punkte mehr geholt. Der darf eigentlich bloß jedes Rennwochenende vier mehr holen. Also muss ich in Abu Dhabi punkten, wenn ich annehme. Er holt so mindestens Platz sieben. Also ein stattliches, gutes, vorhersehbares Grosjean-Ergebnis. Masse auf der Zwölf. Dann Jolly und Palmer. Zwei Einstopper davon in den Punkten. Grosjean, Ocon. Von denen aus dem Top Ten konnte das keiner gehen. Ja, und die haben es vorgemacht. Grosjean, Ocon. Was war mit Carlos Sainz los? Hat er mit Überrundung zu kämpfen? Oder doch technische Probleme? Abseits. Ja, Jeff sagt es ja sonst immer gerne an, aber ich habe es heute einfach mal nicht gemacht. Werlein auf der 14 ist stark. Alonso Sainz mit einem Stopp auf der 16. Hinter Werlein, hinter Alonso. Ich glaube, der hatte technische Probleme. Stroll auf der 17 ist aber auch nicht so gut. Van Dorn, Eriksson und der Kimi. Eigentlich hätte ich eine Strafe bekommen müssen für die Aktion gegen Hürgenberg. Ich habe eine Kollision verursacht. Na, immerhin. Magnussen, Streckenbegrenzung ist bei der einen geblieben. Kimi in Runde 8. Die Mechanik. Oh Mann, Runde 26. Die Schmetterlinge einfach das nächste Mal etwas herunterschrauben. Okay, Rangliste wird noch ein Kampf werden mit Grosjean. Er liegt nämlich nur drei Punkte hinter uns. Hürgenberg ist nach vorne gekommen. Drei Punkte. Ich werde Zehnter, er wird Achter. Und dann haben wir durch die Einzelergebnisse die Nase vorn. So könnte man sich es ausmalen. Hürgenberg ist nach hinten. Das war heute etwas zu wenig für ihn. Obwohl er vor uns war. Und bei den Konstrukteuren, ja. Das Ding ist für uns durch. Der Vorsprung ist so groß. Da müsste ja Grosjean gewinnen. Und Magnussen auch nochmal gut platziert sind. Und Torosso fährt auf jeden Fall gar keinen Punkt ein. Wo könnte es denn da noch einen Kampf geben? Also Ferrari, Mercedes, ja. Wenn Mercedes ausfällt. Dahinter, nee, die beiden nicht. Wir sowieso nicht ran. Haas mit uns eher auch nicht. Da liegen 11, 16 Punkte Abstand dazwischen. Mehr als ein Rennsieg. Renault kommt nicht ran. Bolims kommt nicht ran. Die aber noch am ehesten. 12 Punkte. Sauber vor dem McLaren durch Ungarn. Aber bei den Konstrukteuren ist es ziemlich gegessen. Das Rennen ist vorbei und beginnt wieder von vorne. Und zwar beim ziemlich gut Starter Max Verstappen. Von der 4 aus ins Rennen gegangen. Konnte sich da neben die beiden Ferrari bremsen und so vorbeschleunigen. Na klar, zu dritt im Senna. Es ist etwas zu 4. Und dann fahren die beiden Ferrari nebeneinander her. Also geben sich nicht gegenseitig Windschatten. Und damit kommt Verstappen wieder ran. Kimi setzt sich auf die 1. Vettel auf die 2. Verstappen auf der 3. Vettel hat Kimi im Verlauf der nächsten Runden bekommen. Und da sehen wir schon mal Hülkenberg. Wir und Hülkenberg. Das ging gut. Das war soweit super. Hätte ich irgendwie genauso machen müssen. Vom Ausgang her. Klar. Das sehen wir gleich noch. Na gut. Aber geblickt auf Kimi. Der ist ausgeschieden. Kein wirklich erkennbarer Motorschaden. Offiziell die Mechanik. Der Ausfallgrund von Ray Köln. Und dann will ich mal zeigen, was mit Carlos Sainz war. Wir sehen hier einfach nochmal die Endgeschwindigkeit. Also ich will es einfach mal zeigen. Das war gerade eben die Sicht von Carlos Sainz. Habt ihr euch die vielleicht gemerkt. Jetzt gibt es dazwischen noch das Vierer-Duell. Das war wirklich das Highlight des Rennens. Allerdings wurde es leider heruntergezogen von meiner dämlichen Aktion gegen Hülkenberg. Hier wieder mit Hülkenberg. Zu Vierter. Nebeneinander her. Jeder zuckt und fährt so gut wie es geht. Und wir sind vorne. War ein tolles Duell. Ist auch toll anzuschauen. Auch wenn die Kamera wieder nicht so toll ist bei Kurve 1. Aber sie nimmt noch das Nötigste auf. Das Ganze aus der Sicht von Hülkenberg. Hat er gerade in den Spiegel geschaut rechts. Na gut ist. Denn wir kommen da an. Konnten auch voll den Schwung mitnehmen. Es war zwar wirklich schon etwas heikel. Aber bei weitem nicht so heikel wie später gegen Hülkenberg. Das hier war eigentlich schwieriger. Und wir sehen, dass sich Erikson verbremst. Und das Ganze nochmal aus der Sicht von Erikson. Also dass Erikson sich verbremst, habe ich immer noch Hoffnung, dass man mit seinem Fahrverhalten die KI und einen vielleichtigen, einen eventuellen Verbremser heraufbeschworen kann. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Und nochmal im Vergleich Science und Vier. Gut, wir haben Windschatten. Das sei nochmal dahingestellt. Und dann bekommen wir Carlos Science. Aber seine Probleme gingen erst im letzten Stint. In seinem letzten Stint los. Hier war soweit noch alles in Ordnung. Hier hatte er noch volle Leistung. Wobei ich mich schon gewundert habe, warum ich ihn hier bekommen habe. Hier sehen wir schon Endgeschwindigkeit Carlos Science. Die ist nicht mehr so prickelnd. Deswegen ist da auch ein McLaren hinten dran. Der kommt einfach nicht mehr richtig auf Zack. Das ist ein guter 7, 8 kmh Unterschied zwischen Stint 1 und 2. Das ist unsere Endgeschwindigkeit. Ja. Also Carlos Science muss irgendwie einen Leistungsverlust gehabt haben. Und das Elend unsererseits. Ich habe so viel Glück gehabt. Ich habe damit gerechnet, dass es daran vorbei ist. Dass ich da irgendwie links in die Mauer knalle. Und Hülkenberg wird sich auch gedacht haben, was für ein Vollidiot. Ja. So bin ich auf jeden Fall gefahren bei der Aktion. Übermut die Schmetterlinge nach der Aktion im Vierkampf zuvor. Ich glaube, das hat einfach den Ausschlag gegeben. Ausschlag gegeben. Hier. Wunderbare Kameraperspektive mit Zufall auf Cover 1. Ein wunderbares Bild. Eigentlich was für ein Thumbnail. Aber damit würde ich, glaube ich, schon zu viel für das Rennen verraten. Deswegen wird es das nicht werden. Ja. Und Ricciardo. Der ist nicht in uns reingebrettert. Wie vielleicht noch. Wie wir es zum Beispiel bei Vettel in Suzuka gesehen haben. Nee. Da hält er sich zurück. Und Color Science weiterhin auf Schleichkurs auf der Geraden. Da musste er sich eben letztendlich dem Sauber und dem McLaren geschlagen geben. Also Color Science hat gute 7,8 kmh verloren im Verlauf des Rennens. Das ist nicht auf die schlechteren Reifen zurückzuführen. Das wird nicht der Ausschlag gewesen sein. Wenn ich da zum Beispiel an meinen Höchstgeschwindigkeitstest bei F1 2015 denke. Und wie ich da teilweise die letzte Kurve, die Parabolika, unterschiedlich genommen habe. Und das hat sich bei der Endgeschwindigkeit praktisch gar nicht ausgezahlt. Gar nicht bemerkbar gemacht. Dann wird das heute auch nicht anders gewesen sein. Klar. Weiche Reifen sind besser für bessere Kurvengeschwindigkeiten und für besseres Rausbeschleunigen. Aber nicht für bessere Endgeschwindigkeiten. Da bräuchst du schon verdammt stark abgefahrene Reifen gegenüber sehr frischen, neuen Reifen. Ja, also Color Science, schade, dass er da einfach Leistungsprobleme hatte. Das hat ihm ein tolles Ergebnis versperrt. Ob er vor uns gewesen wäre, keine Ahnung. Das werden wir womöglich dann in der nächsten Saison sehen. Und mein Saison-Highlight, mit dem wäre ich sehr zufrieden gewesen, wenn ich vor Höckenberg gelandet wäre. Habe ich mir verbaut. Mit Kurve 1. Ja. Also war dennoch ein tolles Rennen, keine Frage. Aber so ein richtig tolles Ergebnis war es dann letztendlich nicht. Ob das ein Abu Dhabi-Der Fall sein wird. Mal sehen. Ist nicht zwingend meine Strecke. Aber ich werde ganz klar mein Bestes geben. Also vor Grosjean liegen zu wollen, das ist das Ziel. Das ist zwar nicht entscheidend für uns zwingend, aber ich will den Platz halten. Da werde ich alles geben, um da in Abu Dhabi so gut es geht zu punkten. Und Brasilien im Vergleich zum Teamkollegen sehen wir dann einfach nochmal nächstes Jahr. Nächste Saison. Also dann. Schauen wir mal. Aber bis dahin ist ja noch etwas. Wähle deine Präferenz. Singapur. Nicht toll, aber ich bin den Weltmeister Rennen von Alonso noch nicht gefahren. Aber seht mal. Japan kurz. Da oben das Stück. Kurz von der Boxengasse. Pest oder Cholera. Hm. Ich werde den Renault nehmen. Singapur. Das ist eine Checkpoint-Herausforderung. Hm. Ich bin den heute noch gar nicht gefahren, den 2006er. Aber das ist eine Checkpoint-Herausforderung. Hm. Sollte ich mal nicht nach Gefühl gehen? So wie zum Beispiel beim Überholversuch gegen Hülkenberg. Als ich mich quergestellt habe. Das würde bedeuten, ich fahre jetzt die Checkpoint-Herausforderung. Ich glaube, ich mache es. Ich mache es. Dann wartet der 2006er Rennor noch etwas weiter auf mich. Und wir gehen gleich nochmal auf die Piste, auch wenn es keine so schöne ist. Zumindest für mich. Ach so, Einladungsevent. Ich kann ja schon mal den Motor ändern. Was hatten wir? Ich kann locker die 11 gehen. Ja, ich habe noch ein paar Einstellige. Ich kann auch noch besser gehen. Ich nehme mal hier die 10, glaube ich. Ja, ich nehme überall die 10. Ich wähle einfach die 10. Energiespeicher. Dann wähle ich dich. Nicht die 10. Nehmen wir dich. Und Steier Elektronik. Komm her, du. Gut, 9% Abnutzung dann im freien Training von Abu Dhabi. Ja, 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 ja. Und dann zum Einladungsevent. Ich bin gespannt. Ich mache das nur wegen der Checkpoint-Herausforderung. Und vielleicht auch nach der Aktion mit Hürgenberg. Habt ihr schon eine Tasse Tee oder Kaffee bereitgestellt? Jetzt ist es also soweit. Es herrscht die Ruhe vor dem Sturm und wir warten darauf, dass legendäre Kultrennwagen in diesem Oldtimer-Rennen für geladene Fahrer wieder zum Leben erweckt werden. Ich bin natürlich hoch erfreut, dass ich hier dabei sein darf und heiße natürlich auch alle Zuschauer daheim aufs Herzlichste Willkommen. Nehmen Sie sich eine Tasse Tee oder Kaffee ganz nach Geschmack und machen sich bereit, denn unsere Teilnehmer befinden sich in den letzten Minuten vor dem Start. Checkpoint-Herausforderung mit dem 96er Williams. Das wird eine Aufgabe, wo wir stehen. Das ist doch die Anderson Bridge, oder? Zeitlimit 32 Sekunden. Ich glaube, das geht nicht gut, aufgrund von Singapur, aber ich gebe mein Bestes. Immerhin sieht man den Gang hier gut. Durchs Lenkrad. Erster Gang hier, weiß nicht, noch nicht, weiß ich's nicht. Ach, wie möglich, nächste Runde der zweite Gang. Haben wir soweit überhaupt kommen? Oh, jetzt schon am Piepen. Scheiße. Die Antenne ist ganz schön dick. Ist das schon der erste Ansatz von Halo? Das schaltet ganz schön spät runter. Ich drücke, aber es passiert nix. Drehzell noch zu hoch? Das schaltet echt ganz schön spät runter. Ich drücke, aber es passiert erst mal nix. Dann mal runterschalten. Ich glaube, in die dritte Zeit, sowas. Wobei, jetzt ging's. Naja. Ich glaube, gleich ist Schluss. Jetzt ging's zum Beispiel nicht in den ersten Gang, und hier wollte ich ihn unbedingt. Jetzt soll er wieder nicht runterschalten wollen, in den ersten. Ich glaube, vom zweiten, in den ersten, dann tut er sich schwer. Hier kommt nix. Da kommt was. Jetzt bin ich aber gut in den ersten gekommen. Oh, da waren wieder die schwarz-weißen. Noch vor Stadtstier, weil bis Stadtstier schaffe ich's, glaube ich, gerade so vielleicht nicht mehr. Ich konnte so weit nach außen. Kein Abtrieb. Neben der Strecke. Da war das Ding. Habt ihr's gesehen? Wie viel Distanz hatte ich denn noch? Noch vier. Ah, ich bin ja, glaube ich, neben die Strecke gefahren. Das wollte er nicht. Ja, ja. So ist das. Hätte ich vielleicht doch Japan kurz genommen, aber ich habe ja schon einige dieser Rennen gefahren da, Japan kurz. Und das war immer ein ziemliches Debakel. Ich bin gespannt, wann dieser hier reißen wird. Hab's überhaupt jemals reißt? Bei den Einladungsevents. Aber mehr als Karrierepunkte gibt's ja, glaube ich, nicht. Aber wir wissen's. Also ich weiß es zumindest noch nicht und ich will's selbst herausfinden. Ich will's nicht irgendwo anders nachlesen, nachschauen. Ich will's einfach selbst erfahren. Hi, wie fühlst du dich heute? Hm, von Kuchenhauer. Unser Upgrade-Tempo ist im Moment gut, aber wir sollten uns steigern, wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen. Hier ist der Bericht. Oh nein, da zieht jemand an. McLaren und Sauber. Sauber kommt gerade so aus der Versenkung hoch. Ja, ja, Chris, wir machen das zur nächsten Saison. Wer mit etwas gespart, das werde ich auch für dieses Rennwochenende hinaus sparen, weil wir eh schon in Abu Dhabi sind, würde jetzt gar nichts bringen. Dann schauen wir einfach mal, was es uns vielleicht für die nächste Saison bringen kann, das Autorchen weiterzuentwickeln. Und ja, jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause und sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und tschau, tschüss.